Okay, der Maus ist noch nicht da, ich werde paranoider und so auch unser netter Freund Henry in diesem netten Spiel. Wir werden also alle zur gleichen Zeit paranoid. Herrlich, ich habe nebenbei eine Mikrowellenpasta für meine kalten Händchen und die ich nebenbei essen werde. Weil wir alle neben am Spielen essen. Es macht mir übrigens Sorgen, dass die Sonja untergeht. Das macht mir ziemlich Sorgen. Die wird sich hier wieder für irgendjemanden angreifen. Mal schau, wie nett. Oh, das muss ich fotografieren. Ja, bald kommen die Fotos mehr, gell? Äh, wo muss ich hin? Okay, jetzt hat es kurz geladen gehabt. Spannend. Mikrowellenpasta ist eigentlich ekelig. Eigentlich, einer passt. Passt? Ich muss da aufziehen. Oder? Ja, ich muss da oben. Mikrowellenpasta ist eigentlich ziemlich eklig. Hier könnte man eigentlich richtige Pasta machen, aber... Hey, nobody got time for that. Na, es geht nicht. Es gibt Besseres. Ich bin jetzt so der Kochen, Mensch. Also, wir lassen die anderen. Dann gib ich nicht auf, ja. Ja, passt, ey. Dann muss ich in die Richtung, da. Passt, ey. Die machen wir dann zum Echtzorn wieder. Ja. Mm-hmm. What? What? I found a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Why? What? Why? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. Oh, das lag gut gerade bis hier, ja. Ha! Damn! Ah, hab ich keinen Speicherplatz mehr, das ist so anfangen zu lagern. Wait a second. Nope. Schaut alles gleich aus. Scheint nur ein bisschen zu laggen. Ja, was ist der? Ja, ich habe einen Backup. WHAAAT?! The Purge TERRIFUL WELL LANGUAGE Ich sieg nicht ein, warum ich da vor A nach B die ganze Zeit gehen soll. Ich sieg es echt nicht ein. Und warum lag das Spiel jetzt plötzlich die ganze Zeit? Das sieg ich auch nicht ein. Ach. Nein, wo ist meine Katze? Ach. Ich will jetzt endlich wissen, ob er gegen Ende dann umbracht wird oder nicht. Schau, wie das likt die ganze Zeit. Warum? Es läuft ja nichts im Hintergrund. Läuft ja irgendwas im Hintergrund. Äh. 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 Na? WIRD STUFF IS GOING TO HAPPEN TO ALL OF US. WIRD STUFF Und die Katze ist nicht. Oh. I know. Ich hab ja dem Mann gesehen, was passiert nirgends. Er ist eine Katze. WIRD STUFF WIRD STUFF Wie wäre es mit weniger reden und mehr aufpassen? Seriously. Weniger reden und mehr aufpassen. Come on. Das kann nicht so schwierig sein. Es ist gar nicht so schlecht. Wenn man mal hat. Oh. Gip. Nirgends. Irgendwann passiert noch da das Seil abschneidet. Oh nein. Ah. Nöw. 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 es gibt nichts schlimmeres als leute die anfangen eine katze zu füttern ist so leute fühlt jetzt keine fremden katzen wirklich nicht okay bin auf dem richtigen weg schau wie nett da könnt ihr screenshots machen in einem komischen leg da Ich geh schon weiter, da. Bäh! Ich schau das an. Oh, ich schau her. Nicht ganz. Ich muss... Okay, gerade im Himmel. Doch, ich muss ein bisschen in die Richtung gehen. Und dann dorme ich. Das soll's tun. Also das hätten sie sich echt sparen können und das da ständig hin- und hergehen muss. Weil das ist echt mühsam. Ich bin das auf dem falschen Weg, oder? Das ist echt etwas, was mühsam ist. Die ganze Zeit den scheiß Weg zu gehen. Echt jetzt. Er gibt da was raus. Krausi ist dabei. Wir warten auf den Teil, wo die ganze Zeit dann weg sind. Was dann richtig creepy wird. Ey man, warum treffen sich die zwei nicht einfach? Warum treffen sie sich nicht einfach? Finde einen Weg. Finde einen Weg. Fens, Fens. Okay. Find a way. Zau, 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 zau. Es ist so geil, dass die Schrift auf Deutsch ist, aber die Sprache auf Englisch. Jäu. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yeah, bitches. We're in the game. Yeah. We're our king and queen. Yes. Bitch. Nein, die wollte es kaputter davon machen. Shit. Ach, fuck. Oh, der Sound geht ja voll Suspense. Oh, der Sound geht ja voll Suspense. Ja, aber der geht nicht weiter. Wie ist esämlich? Oh, der Sound geht ja voll Suspense. It's going to be dangerous. It's a little bit dangerous. Natürlich kann man... Okay, I'm at the site. Okay, I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here. Wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. They can probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there. So see what you can find and get out. The desk in here is a mess. It's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Oh, come on. Jetzt gibt die Katze, wenn spannend wird. Marz? Halt kurz. Katze? Marz? Nope. No cat. Oh. They can't even be free. Freiräumen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Subjects Henry, M & Delilah 43 ist hier Go ahead. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Yeah. Fuck them. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah. Okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, the sound is really cool. I'm just a little... I see you, I'm just a little... The whole forest burns down along with whoever's in it. Fuck it. Fuck it. Burn it. Oh god. Was ich sagen wollte. Ich bin selber gerade nervös. Katze! 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 Ich hab was frei die ganze Zeit. Wait a second. Gott im Himmel. Das macht mich gerade wahnsinnig. Ich bin selber. Und bin selber. Das macht mich gerade noch nicht mehr. Ich bin in das Luftgeist. Das macht mich gerade auch wieder vor. und morgen können wir wachsen. Wie wir uns jetzt machen. noch bis jetzt wenn ich zurück finde come on Das sau das schon Ey Wieso gehen wir noch nicht weiter Sonst ist es gut Ey Das ist so süß Wow Woah! Oh! Oh! What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Tag 77, hey! Gott sei Dank muss ich den ganzen Scheiß wegdrücken. Okay. Auflösung im nächsten Video. Kann werden am Laden nicht. Pause durch. Okay. Auflösung im nächsten Video. 4, 13 und 2 Minuten. Nee. Ich hasse es, wenn ich es zusammenstöckeln muss. Nein. Die Katze ist immer noch nicht da und es ist 20.14. Die Katze mit mir wirklich zu Hause unterhalten. Das ist immer noch nicht das ganze Mal. Wir sehen uns das ganze Mal aus.